Entgegen. Ich würde entgegen fahren, es ist safer, dass wir die sehen und halt, dass wir überhaupt was machen können. LOL. Das passiert, wenn man nicht der beste Fahrer Ego West ist. 2 Sekunden später ist Jonas selber in der Lage. Vielleicht ist es sogar noch dein Auto. Über 6,8 Kilometer, das ist nicht weit. Die können das sogar noch schaffen, bevor die fertig sind, ne? Die haben sie ja schon gecleant, aber... Ja, wenn die mit looten und so weiter, wenn die alles looten. Ja, wenn sie halt so sind wie Jonas und direkt zur Mission laufen, damit sie gecleart ist, anstatt zuerst die NPCs zu looten. Das ist die Frage, ja. Mich noch nie interessiert. Oder wenn der Typ ne LAR dabei hat, die draußen wert ist. Also, früher ging das wieder Tastgefächt? Oh, wer heizt da vor uns? Weiß ich nicht. Normaler Heizschweck. Kein Sport. Ja, dann gehen wir doch nicht so schnell wie der... Ist das wirklich fast? Wollen wir kurz anhalten und den rausschießen? Ja ok, dann fahr rechts ran, fahr rechts ran. Ah, hinter dem Orangenen da vorne. Alter, was ist das für ne Missgeburt. Alter, was ist das für ne Missgeburt? Ist das für ne Missgeburt. Ey, das war aber grad keine Sport, oder? Doch, anschein schon. Ey, aber haltens kann ein anderes Auto? Ne. Ist einfach nur langsam gefahren. Was ist denn das für ne Messie? Raus und ballern! Aua! Ja, was hast du da für ne Hausnummer? Halt immer nach. Was schießt ihr? Ich bin gleich down. Dann down. Keine Chance, ich hab nicht das Visier drauf. Ich hab eigentlich auf euch gesetzt, weil ich die Sniper in der Hand hab. Wir sind denn da noch. Äh, einer lebt noch, einen hab ich. Boah, respawn. Nein. Toll. Äh, ich bin... ... in meinem kompletten Loot an der alten Stelle respawned. Dir, wo du grad gerackt bist? Ne, an der Stelle bevor ich gerackt bin. An der anderen Stelle. Warte mal, was hast du ausgewählt, was für ne Stadt? Äh, nur respawn gedrückt. Okay, ich nicht. Okay, komm ich zu dir. Bist du nicht gespawnt? Ähm. Vielleicht deine Hausnummer, damit ich dich erfahrend. Ja, du kennst die Probe. Weißt du, wo ich überraschiert das Protokoll von heute war? Von meinem Nachnamen. Jaaa, ich find dich. Okay, wir haben ein Problem. Ich bin jetzt an der alten Stelle, wo ich grad eben war. Ja, ich bin 10 Minuten. Ja. Ich bin bei da. Also, ich bin bei da alleine. Faktor. Ich hab halt keine Ahnung, wo der Dude ist, ne? Der Wook hat geradeaus in die Tannen reingelatscht, oder was? Ne, den hab ich noch gekillt. Ja, keine Ahnung. Ich hatte halt dummerweise nur vier Schuss, als ich ausgeschlägen bin. War mein Fehler. Ja, ich hab das falsche Visier drauf gehabt. Ich bin zu kicken. Wir waren noch auf 600 Meter Sebroning eingestellt und zum Scheiß. Ja. Wir haben versucht, einen Knowscope zu töten, weil ich die Linz in der Hand hatte. Ja, wir hatten halt irgendwie alle dummerweise gerade die Snipers drin. Kannst du uns denn einfach abholen gehen? Einfach weg mal abholen. Ja, ich hab kein Ducktape mehr. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ich glaub, die waren mit drin, als wir verkauft haben. War das kaputt, oder was? Ist der Auto kaputt? Ja. Geht das denn? Bist du bis vorn? Unten, oder wie? Warte, 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 da läuft er. Weil er das falsche Ding gewählt. Ich hab grad 60 FPS. Na ja. Warte mal, wir waren doch bei unserer alten Base, oder? Also kurz bei unserer alten Base. Metrovic-Eingang ist es hier, falls du fragst, wo wir sind. Ja, ja, ja. Also ich bin im Arsch der Weltmeister. Ich brauch gar nicht erst anfangen, drüber zu laufen. Ich hab ja nicht mehr was, was ich verkaufen kann. Ich kann mir nicht mehr was kaufen. Ach, ein paar. Karte ist kostenlos, oder was? Nee, aber so viel kriegst du noch zusammen. Ich glaub ich nicht. Ich hab nix dabei, was brauchen könnte, was man selber... Absolute Ruhe. Immer noch Ruhe. Immer noch Ruhe. Bennolly. Okay. hat er dich? Nein. Aber er hat die Navid in meinem Rücken. Und ich renne. Es waren eiskalt 4 Leute. Ich hab grad zwei erwischt. Also eine lebt glaub noch. Mindestens eine. Ich hab jetzt 3,4 Kilometer, dann muss ich zurück zur Baselage. Dann kann ich ihn Offroad schnappen und rüberfahren. Ich bin kurz vor dir. Ich kann halt versuchen meine Waffe zu schnabulieren. Aber die werden dann noch stehen oder?